so, zwei Punkte da drauf dann bleib ich nämlich hier stehen hier so, zack bleib hier stehen, RM kommen wir gleich wieder hin ich glaub ich so, die gehen auf 25 Minuten, die Life of Fun-Dinger so, wer war denn wieder so großzügig und wieder 14 Millionen, ey, was ist los mit dir? zu viel Geld gefahren oder was? vielen Dank und nochmal, danke für die Rheinecke also Rheinecke, so heißt sie also Leute, wenn ihr irgendwie was braucht an Pads, die euch verstärken, sagt Bescheid ja, Sol und ich wir brüten noch ein paar Ecks aus und dann bekommt er die, wenn ihr die braucht ja, auf jeden Fall danke für die 14 Millionen, alter Schwede hier, hier geht die Party ab oh, in 14 Minuten läuft das als Ferticket ab ja komm, bevor wir dann gekickt werden aktiviere ich dann schon das andere so, Channel 1 weiter geht's weiter geht's, weiter geht's so, dann können wir nochmal inskillen, zack so da kommt er angerannt what the fuck, wohin rennst du? achso, hat gelegt hä? toll what the fuck hey, anvisieren doch aber mein Rechtsklick, der spinnt gerade ein bisschen so, jetzt follow so, dann würde ich sagen, mach ich doch nochmal hier einmal eine Komplettuntersuchung magiebeschleunigung wäre geil so, Heap up dann Cards Reflex Beef up Cannonball und Aquary weiter geht's so, komm mit folge mir so, wie lange gingen meine Buffs denn jetzt? 56 Minuten gut hat sich auf jeden Fall um 11 Minuten gesteigert wo ich jetzt alles auf Int geskillt habe und ich meine ist doch geil so, einmal den Berserk nochmal dann Axe Masteries Might und den Empower Weapon und noch mein Buff Pad mein Allzeittreuer Begleiter Begleiter wollte ich jetzt schon sagen hey, was tust du da? war einfach nice die Gilde füllt sich also die Gilde, die fühlt fühlt ja die füllt sich wieder also ist doch schon nice sind schon wieder einige Leute online ist doch geil das ist doch geil 2% noch noch mal da geht auch fit ja oder so Dings dann auch geil so Ampies vielleicht so jetzt jetzt nicht so viel XP geben aber vielleicht ein bisschen nur ich habe mich vielleicht wieder 5% pro Mop bekommt oder so 68 waren wir 67 67 67 67 67 oh der levelt der immer noch der Breeze ah ne ich kann aber gucken welchen der Breeze hieß der ah 79 ist der an dem gehört oh die Party okay ach ja jetzt weiß ich auch warum der so ein Damage macht ihm gehört die Party er hat Link Attack an und Link Attack macht einfach nochmal erhöhten Damage und das nicht gerade wenig Link Attack ja deswegen macht er so ein Damage oder One Hit die schon wie ihr seht habe ich ja ganz vergessen naja ich habe ja da nicht so viel Lust auf Flift momentan deswegen bin ich weniger und okay ok ok so wie viel haben wir denn jetzt schon viel Geld 45 Mille wow krass krass ja Blue Flash ist nicht on der ist nicht online Link ist für jeden hier auf dem Server ehrlich ok ok ne da steht increase for party members attacking the time nur wenn ich den gleichen Attack hier steht da aber krass wenn das wirklich so ist dann ist das ja auch richtig geil gemacht worden weil das war ja früher nicht so ne beziehungsweise auf dem Office hat ja nicht so da hat ja wirklich nur der der dem die Party gehört hat aber warum macht der so Damage ey der geht ja voll ab so der der ja krass nice das ist ja geil nice idea und schon wieder und wieder Level ab ey krass meine AM besser Level wirklich besser als ich ey ja wie lange bleibe ich jetzt hier bis zu 8 bis 78 würde ich sagen bleibe ich hier dann sind wir schon zu der nächsten und dann können wir schon anfangen unsere days zu droppen hoffe ich mal ich sehe auch alles was er droppt also man sieht alles hier das ist richtig nice aber also das haben wir richtig geil gemacht hier muss ich sagen Respekt an die Macher von dem Privatserver also sie lassen sich richtig gute Sachen einfallen weil das geilste dass du hier links an der Seite die Items siehst und so voll geil ich weiß nicht ob das auf dem Office auch schon gemacht wurde keine Ahnung aber das ist auf jeden Fall ein geiles Feature weil damals wo ich noch gespielt habe hör mal da hat man auch gedacht von geträumt von so was ah ich könnte mir jetzt eigentlich ich könnte mir so viel holen ey was ich machen möchte aber es geht nicht es geht nicht wir brauchen mehr Geld mehr Geld ja Espotek sind ja auch nicht gerade also jetzt ne ich habe vor wo ich dann zwar auch vorgestellt habe wo ich gesagt habe ja 2,5 Millionen ist ja easy aber die Penia Rate ich meine die ist gut aber man muss halt dann sich wirklich auch dran setzen wenn man Geld farmt und so da muss man halt schon ein bisschen Zeit investieren Berserk ist auch gleich wieder weg wollen wir ihn noch einsetzen so oder hast äh hast du vielleicht noch ein Days Set mein Days Set wäre schon geil das kann ich dann erstmal benutzen wie sehe ich dann Nox ab und dann go und dann go und dann kann man ja irgendwann mal 125er Set ne aber das also ne Penia die höher die Moskön ist ja das weiß ich auch also das ist ja schon klar dass das desto höher die Mops sind ne hat man mehr Geld bekommen das ist ja klar oh und dann muss ich mir das Days Set gleich irgendwie gucken Farben oder so auch wenn es dann ein bisschen lange dauern wird weil Set Parts ey das dauert wirklich ein bisschen länger habe ich das Gefühl oha wir haben schon alles full ja muss ich gleich mal verkaufen gehen wenn ich 78 bin weil jetzt flippen wir ja eh noch nichts spannendes dum 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 68 schon mit dem RM nice nice okay ich könnte mir den RM noch mit Quickstep buffen damit der schneller unterwegs ist was haben wir denn wieder Okas Boots Okas Boots ja hier Auto Event don't forget the giant bang in Darkon 1 also das meinte ich vorhin mit diesen Auto Events dass wir ab und zu ein paar Bosse spawnen irgendwo random auf der Map und ihr euch die euch schnappen könnt hätte aber eine LGA für dich ja ich weiß ja nicht ob du eine bessere LGA hast ich habe ja jetzt diese beiden LGA's einmal hier mit also plus null halt ne mit STA plus 25 und 16% auf kritischen Schaden und halt eine normale LGA AX also eine Magic LGA AX ich weiß ja nicht ob du da eine bessere hast oder sowas das weiß ich ja nicht ansonsten wenn die beide gleich sind dann brauchst du mir die ja eigentlich nicht geben weil dann wäre das ja eigentlich Verschwendung mhm don't forget ja ja ok alles klar hier ist ans Roger ja oder wir könnten erstmal unser Pad hoch machen oh die ganzen Buffs sind aus Lucky Drop und so boah da sieht man auch schon neue E-Mail hat arrived what the fuck ne meine wäre clean gewesen ach so ok ja gut ähm hey dude mach mal hier wieder Party Skills an oh ich bin Party Member what the fuck toll ja aber ich habe keine Stapel Dinger fuck off oder ich kaufe mir die jetzt eben dann habe ich Ruhe aber dann ist mein ganzes Geld schon mit perfekt ah goodness weil ich habe keine Stapel Dinger Lucky Drop so ich meine 9 Minuten immerhin besser als nichts ich habe jetzt keinen Bock zurückzugehen und ich habe keinen Bock dafür Geld auszugeben weil ich erstmal jetzt sparen möchte genau ich habe schon wieder eine Mail oh guys oh guys oh guys oh guys ihr bringt mich um so gleich ist es geschafft aber ich glaube der hat einfach oder er hat einfach nur ein DC gehabt der Typ ja oder ich weiß es selber nicht weil es war ja dieser Breeze du kannst meine Party joinen wenn du Stapel Skills willst ja dann komme ich in deine rein wenn die voll ist dann gehe ich nämlich hier raus dann müssen aber zwei Plätze frei sein Party Finder Search jawohl join muss ich mit meinem RM auch nochmal rein dann bitte Party Finder Search ja jetzt ist jawohl nice Dankeschön vielen Dank für deine Skills Dankeschön ach ja ist das schön bedanke ich mich ganz herzlich und wir sind ins Level abgekommen wieder ein Level bleiben war noch das geht ja richtig fix so welchen Level ist denn that schon 69 schon nice jetzt haben wir auch schon hier unsere Ruhe jetzt Level war schon hier alone weil der Eintritt ist jetzt weg da haben wir wieder die Wiese hier für unsere Leute hier uns gar ein Quest-Items wie sieht's aus boah geil boah 753 von den roten ist zahlen krass 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 wie wird haben wir einen Moonstone 23 39 Oris gut warte mal Set-Teile waren da blaue Dinger ne Set-Teile waren auch beim Pet-Filter wie heißt es Green Reppens sind doch Green Set-Items oder das sind doch die schlechteren oder die man nicht boah also Blue Blue ist und so was oder also die 105er Sets und all so ein Zeugs oder weil dann würde ich die Green Sachen nämlich ausstellen oder kann ich nicht mal eben gucken warte mal ne Green Green war Dingens ja das waren die Blauen dann ne oder ich weiß es nicht mehr weil den ganzen MPC-Scheiß den wollen die nicht einsammeln aber ich weiß jetzt nicht mehr ob es Green oder Blue war naja Restron ist ja Green ne also die Blauen I don't know weil damit mein ganzes Inventar nicht immer voll ist mit so ner Kacke ja dann mach ich jetzt warte mal sammel alles ein gibt gut Geld alles klar ok dann sammle ich schon ok 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 here we go wie viel Prozent boah der hat schon wieder 86 ey alter Schwede wann bekommt er den auf 75 ja das dauert ja noch ein bisschen boah der Börse hat jetzt schon lange aus aus und jetzt